Servus Föhrer, Philipp hier. Stefan hat gerade angerufen. Weißt du überhaupt, dass das neue Album Gegengift schon am 15. Oktober rauskommt? Was? Am 15. Oktober schon? Hallo Philipp? Ich höre dich nicht mehr. Ruf mich auf Nokia an, das scheiß Telefon hier. Hallo? Ich höre. Hallo? Hat der und sein scheiß Telefon? Auf Ofi und Nokia ist einfach Verlass genauso wie auf das neue Album von Freiwild Gegengift.